Willkommen zurück zu Panic Restaurant, mit der letzten Stage. Wir nähern uns dem Finale, dem großen Finale, dem epischen Finale. Beginnen gleich mal, oder? Scheiße. Holen uns ein paar Tellerchen. Und los geht's. Fischchen, Fischchen. Oh. Na, den Lolli brauchen wir nicht unbedingt. Den Lolli brauchen wir mal unbedingt. Ach, Kacke, ey. Aber die Stage sieht gar nicht mal so schwer aus. Also diese Kürbisse sind einfach. Und wir sind schon im nächsten Raum. Und Verwundbarkeit. Pommes. Wunderbare Pommes. Pommes. Wir holen uns erst mal das Leben hier. Weiter geht's. Wow, Vorsicht. Vor Pommes. Wir lassen uns von diesem Spieß treffen, den man auch gar nicht kommen sieht. Und weiter geht's. Stacheln. Vorsicht, Vorsicht. Ich bin mir erst oben lang. Oh, und kriegen ein Bom-Bom. Dum-Dum-Dum. Dum-Dum. Buah. Jetzt. Oh, der Sprung sieht gefährlich aus. Ha, geschafft. Arschloch. Und weiter. Sechs Leben haben wir. Wow. Die Slot-Maschine hat irgendwie letztens viel ausgespuckt. Die Musik gefällt mir ja auch ganz schön. Ah. Ah, die Fische sind so unberechenbar. Ah, Löffel schon wieder weg. Oh, wie mach ich das jetzt? So nicht. So erst recht nicht. Gut. Ich hab auch schon eine Idee für das nächste Projekt. Aber das werde ich ganz kurz am Ende einmal zeigen. Davon verrate ich jetzt noch nichts. Ach, Mist. Schnell runter. Okay. Naja, aber es hat geklappt. Wieder ein paar Kürbisse. Ah, komm. So. Drei Leben wieder mal. Ah, oben lang. Boah. Boah. Was ist das? Boah. Ich hasse, wir sprungen jetzt schon. Ey, der Sprung war unmenschlich. Teller. Teller, Teller. Ach so, ich fand die letzte Stage sogar noch schwieriger. Wir sind ja jetzt schon wieder weiter. Treffer. Hier ducken wir uns besser mal. Treffer. Das ist mir zu gefährlich mit der Kochmütze. Okay. Ah, scheiße, noch ein Punkt. Das war knapp, ey. Knapp, knapp, knapp. 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 Es läuft so gut. Es darf jetzt nicht schief gehen. Mist, es muss was schief gehen. Hier sind wir wieder. Yeah, ich hab das Leben bekommen. So soll das vielleicht auch gedacht sein. Ich weiß es nicht. Ach, der hat mich getroffen gerade. Hier sind wir gestorben. Ja, und das mit dem Grund. Bam. Da muss man wirklich mehr als ein Herz haben. Warten, bis der kleine Fisch hier kommt. Oder auch nicht. Und weiter geht's mal wieder. Verschwenden schon mal ein Herz. Gut, das ging schon mal schnell jetzt. Bam. Immerhin haben wir mehr als ein Herz. Ich hab ganz vergessen, dass man diese Pommes wegschleudern kann. Oh, bitte. Nein. Zwei Leben haben wir noch. Ach, verdammt. Verdammt. Ey. Oh. Unglaublich. Echt. Ein Leben. Äh, zwei eher gesagt haben wir noch. Gut. Gut. Gut, gut, gut. 3 Helm, äh 3 Herzen 2 Herzen Und eine Tür Oh, der Bosskampf Ähm, den Bosskampf pack ich am besten in den nächsten Part Und das wird dann der finale Teil sein von diesem Spiel Bis dann